Nimm dir Pizzastücke aus Pizzakartons oder iss welche zusammen mit deinen Freunden? Insgesamt müsst ihr da 8 Pizzastücke essen oder einfach nur rausnehmen. Ich empfehle euch, macht das Ganze zum Beispiel hier oben, denn hier haben wir einen Turtles Automat. Da gehen wir einfach nur ran, dann können wir uns hier einfach eine Pizza kaufen. Das Ganze könnt ihr auch als Bodenloop bzw. aus Truhen bekommen. So, jetzt haben wir hier genau 8 Stücke drin. Jetzt hauen wir uns die hier einfach rein. Wie gesagt, Teammate kann ruhig mithelfen. So, wie ihr seht, zählt das Ganze dann auch. Zack, und damit hätten wir den Auftrag dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao.